Ich bin Claudi und ich bin heute ehrenamtlich für die Ada-Kantine hier am Start. Ada-Kantine ist ein solidarisches Kühlprojekt, eigentlich da hinten im Gebäude Akademie der Arbeit. Und wir haben uns zum Auftrag gemacht, dass wir quasi einerseits Lebensmittel, die verschwendet werden würden, beziehungsweise entsorgt werden würden, als Spende entgegennehmen und dann vegetarisch veganes Essen draus machen und bei uns sind dann quasi alle Menschen willkommen, die Lust auf leckeres Essen mit Vorspeise oder Salat und Nachtisch haben. Die Ada-Kantine ist ein fester Bestandteil hier, also von Freitag bis Montag kommen viele Menschen zu uns zum Essen. Das ist halt ein solidarisches Projekt. Wir leben in Zeiten, wo immer alles schwieriger wird, wo die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht. Und was gibt es Besseres, als einerseits einer Verschwendung entgegenzuwirken, das Ganze solidarisch zu machen und dann sogar noch als Mitmachprojekt, das quasi, wer Bock hat, sich zu engagieren, einfach dabei sein kann. Perfekt, eine Sekunde. Eine Sekunde. Ja, absolut. Okay, warte. Ja, absolut. Untertitelung des ZDF, 2020